jo moin Pyros, heute kommt ein Unpacking von mir, das ist ja so ein Paket, ja kein Paket auch nicht, sondern so eine Warenversandtasche oder wie die Dings heißt, genau, ist ein kleiner aber feiner F1 Artikel, genau, das werde ich jetzt auspacken und euch auch dann zeigen. So, das muss man mal auspacken, das muss man einfach gehen. So, das ist der Bestellschein und das war ein Lufthäuler. Und zwar, habe ich hier die 2 Hals, also das sind so einzelne Lufthäuler, 10 Stück sind da drin. Also, ich nehme die Kamera mal, ich zeige euch das mal so, ist einfacher. Genau, jetzt haben wir gelb, blau, rot, grün und silber. Wie gesagt, ist Cut 1, seht ihr hier sogar. Hatte ich noch nie gehabt und genau, deswegen würde ich gerne mal gucken, wie die so sind. Ja, dann war es auch mit diesem Unpacking und bis zum nächsten Mal, Pyrus.